Ja hallo meine Freunde, mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3 und heute wollen wir mal sehen, wie eine Mob gerissen wird. Und zwar ist dieses Video nicht von mir, sondern von meinem PSN-Freund Swetchke90. Ich muss trotzdem ein bisschen vorspulen, weil es noch sehr lange dauert, weiter eine Mob zu reißen. Das dauert natürlich, weil man natürlich viele Kills braucht. Swetchke90 macht das sehr professionell. Vorhin hat er die Akimbo 4er Serie, hat er auch schon drin. Und guckt euch das an, wie präzise er das macht. Jetzt wollen wir aber mal ein bisschen langsamer machen, Leute. Volltreffer! Wunderschön macht der Swetchke90 das. So, haben wir ein bisschen reduziert an Geschwindigkeit und Schalldämpfer da drauf. Und jetzt hält er die Gegner einfach knallhart, wie er ist, ab. Die ganze Map hat natürlich Schiss vor ihm, vor meinem PSN-Freund. Und da ist es natürlich wirklich ein Talent, weil hier wird nicht gekämpft, hier wird auch nicht bewustet. Und das ist alles hier richtig, er kämpft hart. Und er tötet hier richtig die Camper. Er macht natürlich die ganzen Gegner ab, laden im anderen Team. Und das ist sehr gut, was er da macht. Jetzt geht er ins Flugzeug rein in Ruger. Und natürlich ist er sehr gefährlich, schießt trotzdem noch weitere Kills ab. Und die Gegner können ihn fast gar nicht sehen, weil er so schnell ist. Oder weil die Gegner schon eine Kugel im Köpfchen haben. Mal so zu sagen. Swetchke90 macht das sehr gut. Er guckt erstmal und jetzt geht er gleich raus, killt noch einen. Wunderbar, so sieht es aus, Leute. So macht man das. So, jetzt ist er noch ein bisschen drin, er will noch ein bisschen abwarten. Und ja, jetzt macht er gleich hier die Mob. Macht hier 200 Fährkämpfer, ist auch schon drin. Spezialisierung. Schön, alles gelb hier. Ah, wunderschön. Las Vegas Farben. Mob wurde gerissen, habt ihr gesehen. Da oben seht ihr die Mob von Swetchke90, die er gerissen hat. Und ich sage einfach mal, ciao, bis zum nächsten Mal bei YouTube Gamescom. Und das ist die Mob von Swetchke90, meinem PSN-Freund. Herzlichen Glückwunsch dafür. Vielen, vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020